Egal wie isoliert wir sind, in uns allen schnummert derselbe Urinstinkt, der uns antreibt, motiviert, uns weiter nach Abenteuern suchen lässt, uns niemals aufgeben lässt, uns Ängste überwinden lässt, egal was die Folgen sind. Um die Dunkelheit in uns zu kontrollieren, müssen wir uns ständig anpassen. Die Insel ist Welt geworden, bis du es an. Die Insel ist Welt geworden, bis du es an. Untertitelung des ZDF, 2020